Ich bin Norman Folger, Grüner Stadtrat, Fraktionsvorsitzender der Bündnisgrünen Stadtratsfraktion, Umweltpolitischer und Ordnungspolitischer Sprecher. Ich kandidiere wieder für den Stadtrat hier im Leipziger Süden, weil mir zwei Sachen sehr wichtig sind. Wir haben in den letzten fünf Jahren es geschafft, dass Leipzig aus der Braunkohlegewinnung für die Fernwärme aussteigt und wir nicht mehr aus Lippendorf Fernwärme beziehen werden zukünftig und dass wir 100 Millionen städtisches Anlagevermögen mittlerweile nachhaltig investieren. Das bedeutet keine Rüstungsexporte, keine Kinderarbeit und keine fossilen Brennstoffe. Weiterhin möchte ich, dass Leipzig so lebenswert und offen bleibt, wie es in den letzten 20 Jahren war und dafür trete ich ein und bitte um Ihre Stimme.